Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveller. Wir müssen uns einen Beweis holen, dass wir in dieses Races anwesend dürfen. Und dann schauen wir mal. Aha. Dort stehen die beiden. Was haben wir hier? Na, wenn das nicht unser Händlerfreund ist. Nein! Lediglich meine Waren zeigen. Seine Waren. So, so. Ich verstehe. Dann sollte ich beweisen, ein Händler zu sein. In der Tat, ihr braucht eine Empfehlung schreiben, um hinein zu gelangen. Was für ein Schreiben? Das Haus Ravis macht nur mit den renommiertsten Händlern Geschäfte. Und wie komme ich an, sollte es schreiben? Das verdient man sich nicht über Nacht. Ihr müsst euch in der Stadt erst einen Namen machen. Ach Gott. Anfangsquest. Schön. Ihr müsst beweisen, ein verletzlicher Handelspartner zu sein. Dann und nur dann erhält ihr dieses Schreiben. Was bedeutet, dass man die Besitzer eines solchen Schreibens an einer Hand abzählen kann? Oh Mann. Tja, das klingt nach schrecklich viel Arbeit. Seid ihr sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Haaa. Zumindest kann ich mir eine vorstellen. Klauen oder was? Ein wahrer Dieb würde es einfach stehlen. Fast schon gedacht. Wegeaktion. Nutze die einzige Aktion deines Charakters, um alle Händler zu überwinden. Wegeaktion. Versuche vor einem Schabbewohner Y zu drücken. Aetherian kann die Hauptfähigkeiten von Schabbewohnern stehlen. Einem Händler mit einem Empfehlungsschreiben finden. Auf, auf. Auf, auf. Kann ich jeden bestehlen? Wow. Haha. Hierher damit. Ha, das werden ihr bestimmt nicht vermissen. Krass. Das geht bei allen? Tatsächlich? Bei ihr auch? Nee. Oder bin ich... Nee, geht nicht. Ja, okay. Geht das bei denen auch? Tatsächlich. Ups. Stehlen. Verleuchtet der Ohrring? Ja, damit. Weitere müssen. Stehlen. Feuerseelenstein. Eisseelenstein. Windseelenstein. Schattenseelenstein. Weitere müssen. Jetzt haben wir doch einen Accessoire bekommen. Ist das hier drunter? Ausweichen plus 10. Mega nice. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Warte einfach runter. Wow. Oh, Cutscene. Oh, wer sind die denn? Hm. Bestimmt bin ich ein totaler Anblick, aber hört sofort auf mir zu folgen, ja? Schläger-Truppe, oder was? Ach, Diebe. Du hast es also bemerkt. Für die befallt ihr euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsamer als die meisten, mein Freund. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Rebels-Schatzes hier bist. Hm. Wenn die Armee dort nur ein kleiner Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, lohnt es sich dafür jede Mühe. Hm. Und ihr habt diesen Schatz tatsächlich schon gesehen? Das brauchen wir gar nicht. Sieht doch nur, was die alles treiben, um ihn zu sichern. Bachleute, Hunde, Fallen, egal was, sie haben es. Und? Ihr seid nur hergekommen, um mich zu warnen. Wie aufmerksam von euch. Hör zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. Nein. Lass uns erst mal ausgehen, Kumpel. Wir können jetzt nicht behilflich sein. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel auch, bei nahe wäre er in eine hineinspaziert. Ja, klar. Sei still, du hast gesagt, dass du niemandem davon erzählen würdest. Egal, alles ist gut gegangen und wir sind jetzt hier. Also, was sagst du? Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein zu tragen. Wir wollen deine erhelfende Hand sein. Nein, müssen wir ja teilen. Ich habe schon zwei Hände, das reicht mir. Du denkst also, du bist was Besonderes als wir, oder was Besseres als wir. Ist es das? Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Oh, Mr. Cool hier. Ein mieser Schuff bist du. Sonst nichts. Passt auf, ich habe keine Zeit, euch Hofmann zu unterhalten. Ich habe Termine. Mr. Business. Du gehst nirgendwo hin. Gib mir aus den Augen. Das ist klar bei dir, Kumpel. Sag was. Kumpel? Oh, nächster Flashback. Flashback ist es, nicht Backstory. War doch Backstory? Keine Ahnung. Diebe. Hier entkommt uns nicht. Das glaubt auch nur ihr. Jair ist hier entlang. Verstanden. Da laufen sie. Die sieht man noch gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Verdammt, wir haben sie verloren. Verstanden. Sie können nicht weit gekommen sein. Sucht weiter. Jawoll. Die sieht man da unten ja auch. Absolut gar nicht. Null. So versteckt. Heftig. Wahnsinn. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Das ist echt der Wahnsinn, wie gut sie versteckt sind. Respekt. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Haha, das haben die davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln. Wir sind vielleicht kleine Fische, aber wir sind flauer als sie es jemals sein werden. Ach, das ist kurz nach dem Ausbruch wahrscheinlich. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann es keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Oder ist das nach dem Diebes-Gut? Äh, nach dem Diebes-Streifzug. Ja, ein ganz schöner Fang. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Tja. Wir wussten, was wir wollten und haben es uns eigentlich nicht genommen. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Wenn du das meinst, Freund. Das tue ich. Glaub mir. Wir werden die besten Teeblätter züchten, die die Welt je gesehen hat. Teeblätter? Okay. Interessant. Das hier um Teeblätter geht. Anscheinend. Luschen. Hm. Darius. Keine Zeit für Gefühlstusleien. Ich muss an einen solchen Schreiben kommen. Ja. Kann man euch alle beklauen. Tatsächlich. Anscheinend. Stehlen. Heilraube. Heiltraube. 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 Anregende Pflaume. Anregende Pflaume. Ah, das werde ich bestimmt nicht vermissen. Stehlen. Energiegranatapfel. Aha. Kann man die auch bestellen? Man kann halt nur Leute bestellen, mit denen man auch sprechen kann. Verstehe ich das richtig? Anscheinend. Energiegranatapfel. Oliven des Lebens. Und nahehafte Nuss. Diese Namen. Ist ja der Wahnsinn. So. Dann geh mal hier unten hin. Felsfallunterland. Dem Klippenland. Die kann man also auch bestellen wahrscheinlich, ne? Die bestellen einfach, indem man zuguckt. Rebellen-Axt. Kann ich mal gucken, wie es mit den Waffen ist hier. Speer der Gerechtigkeit. So. Wie ist denn das hier mit... Äh... Ausrüstung. Ah. Sicher. Wie. Er kann nur Deutsche und Schwerte tragen und der Rest nicht. Hab ich nicht noch was mehr gefunden. Kein Schild. Kein neuen Helm. Keine neue Rüstung. Keines zwar mehr. Schade. Ach, da hinten kommen wir auch noch runter. Oh lol. Hab ich gar nicht gesehen gehabt, das erste Mal. Sie sehen ja lustig aus mit ihren Federn. Reicher Händler. Wenn du erstmal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Ravis-Clan um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Mein Glück, dass du keine Erfahrung daran hast, dich in Bescheidenheit zu üben. Das stimmt. Sonst hätten wir den wahrscheinlich niemals gefunden. Oh, der ist sogar grün. Warum ist denn der grün? Verstehen. Ach, von dem haben wir schon. Okay. Und der ist grün. Ach, der ist grün, weil er questbedingt ist. Okay. Ich verstehe. Damit sollte ich hineinkommen. Ja, dann. Gehen wir doch mal ein Gummi. Ist das hier? An. Plattner. Ach nee. Ist ja krass. Verletzt. Schlaf. Obskures Messer. Da kann man verkaufen, ne? Könnte ich die Sachen einfach verkaufen? Also den könnte ich auf jeden Fall verkaufen. Ja. Äh, äh, äh. Den normalen Deutsch kann ich verkaufen. Ja. Und die Sachen kann er halt nicht tragen. Kann man die dann einfach verkaufen, bedenkenlos? Oh, ich denke eigentlich schon. Weg. 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 Und weg. Okay. Und dann. Ach nee. Ich will jetzt kaufen. Der Fehler selber ist halt echt schon nice. 2200. Ah, ich müsste 4400 kommen, damit ich beides kaufen kann. Äh, warte mal weg. Verkaufen. Wir kaufen erstmal das obskure Messer. Ja, warte. Einmal ausrüsten. Zack. So. Dann verkaufen wir den Spitzendolch. Ja, und dann kaufen wir den Federsäbel. Kauf der wegen. Ach, kann man sofort ausrüsten. Okay. Und dann können wir dann auch direkt das lange Schwert verkaufen. Wir haben zwar nur noch 120. Aber es wird schon gehen, denke ich mal. Ach, wir können auch rennen. Wow. Okay. Dann rennen wir mal zu Ziel. Ich muss nicht wissen, dass wir rennen können. Mein Gott. Das weiß ich ja nicht. So, zack, zack, zack. Ach nee, hier unten lang. Und dann zum Ravishaus. Beziehungsweise zum Tor zum Ravishaus. Ach, da gibt es wieder eine Sequenz. Okay. Da vorne sind zwei Wachen. Wenn ich sie täuschen kann, bin ich drin. Zeit, den Händler zu geben. Was macht denn jetzt? Äh. Verzeihung, meine Herren. Ich möchte die Familie Ravish treffen. Würdet ihr bitte meine angucken legen? Nein, heute empfangen sie niemanden. Also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. Was? Was? Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler, dass ich nicht lache. Man sollte niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. So true. Tatsächlich war es sogar die Familie Ravish, die mich herbestellt hat. Jetzt tragen wir mal dick auf hier. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgelesen wurde. Bestellt? Du? Ja, meine verehrten Zwillinge. Ich wurde bestellt. Glaubst du wirklich, dass wir diesen Quatsch abnehmen? Dass wir diesen Quatsch abnehmen? Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dieb bekommen würden, der uns am Märchen auftischt, wären wir ebenso reich für die Familie Ravish. Wie ein Blatt. Okay. Interessant. Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindler wie dir zu schützen. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase herumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an deinen Schreiben denken. Oho. Ja, nachher möchte ich dir mal an dieses Schreiben? Guck, guck, hier. Bist du nah angekommen? Das muss eine Fälschung sein. Desperate Zeiten. Natürlich. Ja. 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 Ihr dürft herein. Ja. Ja. Ihr dürft herein. Dankeschön. Vielen Dank, meine Herren. Das war einfacher als gedacht. Wirklich. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Da ist ein Fenster offen. Möchtestes Fenster rein? Wahrscheinlich schon. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein. Sicher, dass es wirklich so einfach ist? Glaube ich irgendwie nicht. Huh. Vortritt speichern. Ihr wisst nie, welche Gefahrenheit aufs Laune. Also speichert möglichst häufig. Speicherfunke in Städten, über Weltgebieten und Kerkern. Halt auch schon an dieser Säule. Ja. Nur diese Säule ist jetzt da vorne. Komme ich nochmal raus zum Speichern? Wer war meint? Das ist Ruhe. Öffnen. Breitschwert. Ist es besser, was ich habe, oder nicht? Im Tempo? Ja. Aber ansonsten im Angriff rein. Okay. Stehen. Süßigkeiten. Und Baumnuss. Aha. Wo haben wir hier noch irgendwas? Da kommt man nicht hin. Das fresh. Ach, ich kann jetzt hier Zeit speichern. Das ist nice. Stehlen. Knochen. Und Energiegradaten. Kann ich von den... Unten. Ne. Warte sagen. Die quatschen alle noch ein bisschen. Kein andringen kann unsere Vakuen bis hin. Naja. Sehen wir mal, ne? Stehlen. Heiltraube. Und Heiltraube. Und Heiltraube. Okay. Was warst du so? Wer sich nicht ordentlich ausweisen kann, darf nicht passieren. Jaja. Ich bin da schon drin. Schlafloser Stein. Bewahrt vor Schlaf. Das ist nice. Verbündig vermissen. Stehlen. Andringende Flame. Und Andringende Flame M. Weißt ja nicht, was das heißt. Wie ist der Sitz des Hauses Ravis? Keine Empfehlungsschreibung. Kein Zutritt. Haben wir schon gelernt. Äh. Erweckungskraut. Erweckungskraut. Und Erweckungskraut. Mensch. Du hast ja sehr eintönige Taschen. Und das West-Tor ist alles bestens. West-Tor. Ich weiß noch, wie groß ist dieses Anwesen bitte. Äh. Wir können einmal kurz... ...den schlaflosen Stein noch anziehen. Sind gegen Schlaf gefeit. Ich mag Tarion. Mit dem kriegt man glaube ich ziemlich schnell... ...zimmig schnell... ...zimmig schnell... ...zimmig geilen Stuff. Nein, ich habe meine Fläche nicht vernachlässigt. Ich war hier auf meinem Posten. Das glaubst du aber selber nicht. Okay, da ist eine Wand vor. Da ist eine Wand vor. Und ja. Wie es weiter geht. Seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.